Montag war mal Ruhetag, also Vor-Corona-Friseur. Michael Ruppel aus Oberursel weiß seit heute früh, mit der Ruhe ist vorläufig Schluss. Ziemlich voll. Das ist die erste Woche, die zweite Woche, die dritte Woche. Und in der vierten Woche gibt es dann wieder mal so ein paar Termine, die frei sind. Die letzte Märzwoche, da habe ich ein bisschen was. Elfriede Winkler hatte keine Lust mehr, mit Föhn und Haarspray zu experimentieren und zu improvisieren. Unter den Nachteulen war sie auch schon lange nicht mehr. Das ist was ganz anderes als vorher, muss ich wirklich sagen. Ich habe schon eben gesagt, Haare sind in Ordnung, Frau ist glücklich. Einige wenige Männer sind auch dabei. Ich habe es tatsächlich in Videokonferenzen erlebt, dass Leute Termine, wir wollten Termine gemeinsam abstimmen. Und dann der eine dachte, das geht wirklich nicht. Da habe ich dann einen Termin beim Friseur. Dann habe ich gesagt, nein, ich bin vorher. Okay, die Nachfrage ist also da, der Bedarf aber auch. Kurz vor Mitternacht in Espenau, alle schlafen eine nicht. Friseurin Katja Emmer hat die ersten Termine ab 0 Uhr versteigert. Das Geld wird sie spenden, für einen guten Zweck. Nach zehn Wochen Zwangspause endlich wieder arbeiten zu dürfen, fühlt sich gut an. Ich bin schon nervös dann, aber freudig natürlich. Aber fast so wie eine Neueröffnung vom Laden. Sind Sie müde? Nein. Tamara Meschke hat über Facebook von der Aktion erfahren, mitgemacht und gewonnen. Stunde null, Platz eins. Gerechnet hat sie nicht mit dem frühen Schnitt. Ich wollte den ersten Ansturm vorbeigehen lassen und dann hingehen. Das war jetzt reiner Zufall, dass sich das so ergeben hat. Natürlich freut man sich gerade auch als Frau, wenn man jetzt die Haare gemacht kriegt. Neun Uhr in Kassel. Auch Hans-Karl Krüger darf wieder arbeiten, allerdings nur halbe Kraft voraus. Mit fünf Stühlen weniger im Salon. Er tritt mit kompletten Team und erweiterten Öffnungszeiten an. Ein Zehn-Stunden-Tag unter erschwerten Bedingungen liegt vor ihm. Meine Kundin und ich, wir brauchen 20 Quadratmeter im Raum. Das schränkt uns schon sehr ein. Das sind so die neuen Abstandsregelungen. Und ansonsten haben wir uns einfach gut vorbereitet auf das, was kommt. Wir testen uns selber wöchentlich. Im Oktober war Doris Rötel das letzte Mal beim Friseur und hatte Glück. Eine andere Kundin ist abgesprungen. Sie stand vorne auf der Warteliste. Also ich fühle mich jetzt wie neu. Und vorher habe ich mich schon so ein bisschen, naja, also die Spitzen waren gespalten und der Ansatz war irgendwie schon leicht grau. Und man fühlt sich jetzt wieder sehr viel wohler. Hans-Karl Krüger und sein Team hoffen jetzt, dass Abstand, Hygiene und Schnelltests ihnen einen weiteren Lockdown ersparen. Denn die Zwangspause war hart. Endlich wieder Haare schön machen.